Sagen Sie, ist das wahr, dass Sie in Monte Carlo 100.000 Fron gewonnen haben? Ja, aber es war nicht in Monte Carlo, sondern es war in Hamburg. Und es war nicht 100.000 Fron, sondern 200 Euro. Das ist doch auch ganz schön. Ja, aber dann habe ich Sie nicht gewonnen, sondern Sie sind mir gestohlen worden. Aber sonst stimmt's.